Überraschend wäre es wohl nicht, wenn der neue FPÖ-Chef Herbert Kickl heißt. Gewählt werden kann er bei einem FPÖ-Parteitag. Wie gesagt, das Datum dafür wird wohl morgen feststehen. Was macht der Abgang Hofers mit der Partei? Wie wird man sich künftig ausrichten? Wird der Ton noch schärfer? Einer, der Antworten darauf hat, ist der frühere FPÖ-Obmann und Vizekanzler Norbert Steger. Klaus Bruckmann hat ihn zu einem ausführlichen Interview gebeten. Herr Dr. Steger, ein neuer Obmann, Wenn der Kickl heißt, bringt er dann auch eine neue Richtung in die Partei? Nein, nein. Er hat es 20 Jahre mitgeprägt, die Richtung in der Partei. Und er wird manchmal merken, dass es ein Unterschied ist, in der zweiten Ebene zu sein oder in der ersten zu stehen. Aber grundsätzlich, die Linie der Partei ändert sich nicht wirklich. Es ist schon anders, weil ja die Giftpfeile normalerweise immer, vor allem von den politischen Gegnern, aber manchmal leider auch aus den eigenen Reihen, dem reingerammt werden, der ganz oben steht. Und da wird doch noch dazu in der heutigen Medienlandschaft, wo ja alles, was einmal gesagt worden ist, aufgezeichnet ist, da ist es schon noch einmal schwieriger. Kickls Worte waren schon bisher relativ eher heftig. Wird das jetzt zu einer Vermehrung der Stimmen der FPÖ führen oder wird die FPÖ eher stagnieren? Da muss ich doch einen Satz oder Gedanken ausholen. In Wahrheit sind die zwei keine Feinde, sondern es war so, dass Kickl früher erkannt hat, dass es den Weg zurück in die Koalition mit der ÖVP und der Kurz nicht gibt. Und er hat dann begonnen, ungefähr vor einem Jahr, eine kantige Anti-Corona-Politik der FPÖ aufzubauen, die Resonanz bereits hat. Kickl ist einer der besten Redner im Parlament, das sagen auch seine Gegner. Und vor allem, sie horchen ihm sogar zu. Das ist überraschend, weil nicht jedem Politiker wird zugehört. Halten Sie es für möglich, dass ein ÖVPler mit einer FPÖ wieder eine Koalition eingeht, aber nicht mit Kickl? Das hat es ja schon einmal gegeben, mit Schüssel und Heider. Sie meinen jetzt nicht mit Kickl als Regierungsmitglied. Weil den Obmann einer anderen Partei, das ist für mich wirklich der Knackpunkt bei dem Hofer gewesen. Man darf sich den Obmann einer anderen Partei nicht aussuchen. Aber wenn ich den Regierungsauftrag habe, kann ich schon sagen, den nehme ich nicht in die Regierung. Das ist durchaus in allen Demokratien der Welt so, dass ein Regierungschef sagt, mit dem kann ich nicht. Ich glaube aber überhaupt nicht daran. Und auch da, Heim Buchner sei da zitiert, der gesagt hat, mit Kurz wird es nicht gehen. Das heißt, ich glaube ja, jede Form von Koalition ist wieder möglich, aber nicht mit denselben Leuten. Wer eine Koalition einmal aufgekündigt hat, hat sich für diese Koalitionsvariante aus dem Rennen genommen. Wenn Kurz Grün aufkündigt, dann kann er auch mit den Grünen nicht mehr. Das Ära Strache, ist die jetzt mit Hofer zu Ende? Ist die überhaupt zu Ende gewesen? Existiert sie noch? Ich glaube, dass Hofer, wenn man es nüchtern betrachtet, noch ein Opfer der Ära Strache ist. Wieso? Er war doch der Koordinator der Regierungsstrache. Und er war daher noch immer ein Symbol für diese Regierung, die ja manchen durchaus gefallen hat. Also man soll das jetzt auch nicht missverstehen. Aber der neue Anfang der Partei beginnt jetzt. Hat die FPÖ den Hang zum Ziel einer Regierungsbeteiligung? Es wird alle Varianten in der Partei geben. Aber alle entscheidenden und Landeschefs sind grundsätzlich fürs Regieren, wenn es passt. 86 der Parteitag, Steger zu Haider. War das damals ein Wechsel einer eher liberalen Richtung zu einer eher nationalen Richtung? Und ein Vergleich zu jetzt, Hofer zu Kickl. Ist das vergleichbar? Also nicht einmal dann war es reinrassig so, obwohl das auch eine Rolle gespielt hat. Aber der Haider war nicht so national. Der Haider war austauschbar in den Positionen. Aber er war halt wahrscheinlich wirklich nach Kreisky der erste Volkstribun. Und er hat die Positionen gewechselt, wie er es gebraucht hat. So, jetzt hat es mit dem überhaupt nichts zu tun. Jetzt hat es wirklich nur zu tun damit, dass Hofer gemeint hat, er ist demnächst wieder in derselben Koalition wie vorher Minister. Und dann halt Vizekanzler. Und das war unrealistisch. Wenn eine Regierung so zerbricht, dann ist sie zerbrochen. Und dann musste die Partei zu sich selber finden und einmal wieder Opposition auch gerne sein. Alles andere wird später entschieden. Es wird jetzt auf dem kommenden Parteitag nicht entschieden, mit wem die Partei regiert, weil es nicht zur Debatte steht. Es steht einfach nicht zur Debatte, schon gar nicht, würde die Basis der Partei, also jetzt Funktionärsbasis, mitgehen, wenn es plötzlich heißt, wir kehren zur Kurzgruppe zurück und machen das wieder mit dem. Nein. Wo sehen Sie die FPÖ in den nächsten Jahren und vor allem bei der nächsten Nationalratswahl? Die FPÖ, wenn nicht irgendwas, was ich nicht kenne, passiert, wird noch kleinere Aufräumarbeiten haben, wenn Leute in Strafverfahren verwickelt sind, das kann ich ja nicht beantworten, ob da was Ernstes kommt, dann wird man sich von diesen Leuten trennen müssen. Das ist die Aufgabe des jeweiligen Obmanns, nichts zuzulassen, denn gerade eine Oppositionspartei, stärker als eine Partei, die an der Regierung ist, muss den Ruf der Anständigkeit zurückgewinnen. Und die Beschädigung der Anständigkeit durch diese Erklärungen, Strachis, aber auch durch den Umgang mit dem Geld, dem Parteigeld, das hat mehr Wähler gekostet als großsprecherische Reden. Der Umgang mit dem Geld einer Partei, die immer sagt, wir sind ja für die kleinen Leute da, das darf es nicht geben. Und wenn dann noch wer mit bei irgendwas dabei gewesen ist, muss dort Ordnung gemacht werden. Das ist die Aufgabe jedes Firmenchefs und natürlich auch jedes Parteichefs. Und bei der Nationalratswahl, wie wird die FPÖ abschneiden? Sie wird, wenn alles normal weitergeht, über 20 Prozent landen. Damit ist sie wieder eine Mittelpartei und damit wird sie auch ins Gespräch einbezogen werden. Weil sonst jede, wenn ÖVP oder SPÖ sagen, so wie es die SPÖ seit dem Ranitz gesagt hat, das ist ja sein bleibender Fehler, eine Partei, die sagt, mit dieser Partei nicht, nimmt sich ja selbst einen großen Teil der Handlungsfähigkeit. Herr Dr. Steger, ich danke Ihnen herzlich für das Interview. Gerne. Ich danke Ihnen. Vielen Dank.